Ja, geschafft! Oh Gott, guck mal, Levelzeit, eine Stunde, zehn Minuten. Puh, alter Schwede, ey. Leck mich am Arsch. Ja, servus, meine lieben Jungs und Mädels. Ich begrüße euch zu einer neuen Folge Deadcore. Ja, in den letzten Folgen, da war ich sehr, 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 sehr genervt. Ich hab das Spiel sogar quasi ragequitted, weil ich keinen Bock mehr hatte. Ähm, lag auch daran, glaub ich, weil ich war erstens total müde und zweitens, ich hatte einfach keinen Nerv mehr für das Spiel. Und jetzt hab ich, äh, lange, lange Pause gemacht und ich würd sagen, jetzt geht's weiter. Ich werde jetzt, ich versuche, sag ich mal, zusammenzureißen. So, ich würd sagen, dann lass mal loslegen. Ich hoffe, ich weiß nur, wie das Spiel hier geht. Ich hab, wie gesagt, länger nicht mehr gespielt. Wollen wir das hier noch ein kriegen anständig. Ich hab mal gerade, ich will was austesten. Und zwar kriegt man nämlich einen Erfolg, wenn man alle ausschaltet, außer den Boss. Glaub ich hab alle geschafft, oder? Nee, schade. Aber gerade, ich will das mal gerade austesten. Wie gesagt, da kriegt man nämlich einen Erfolg für. Weißt du, was ich meine, aber den hier. Sollen sie nochmal zurückgehen? Ich hab mal den Erfolg nachgeschaut. Wenn man nämlich alle ausschaltet, außer den Boss, kriegt man einen Erfolg. Wollen wir das denn kriegen? Habe ich doch, oder? War alle ausgeschaltet, ohne den Boss. Ah, oder ich muss danach, glaube ich, danach den Boss umnähten. Kann das sein? Warte mal gerade. Mal kurz nachschauen, sonst lasse ich's einfach jetzt gleich. Kurz mal aufschießen. So, warte mal. Jetzt kommen die Viecher her, ne? Jetzt kommen die Kollegen. Ich will den mal gerade alle aus und den Boss noch. Ja, da ist er doch. Da haben wir's doch. Da haben wir's doch. Was war das für ein Erfolg? Gucken wir mal hier. Äh, deaktiviere alle Moskitos innerhalb eines Trupps, außer den Anführer. Ja, passt. Perfekt. Haben wir doch geschafft. Nein, schlussendlich das Problem, jetzt greift ich mich wieder an. Hehe, scheiße. Okay, okay, okay. Alles neu. Alles neu, quasi. Jetzt schließen wir das Ding nochmal an. Und dann machen wir den Chef kalt. So, ich hoffe, ich kriege das hier noch aus. Es wird schon auf die Reihe. Ich hab' ich jetzt so lange nicht mehr gespielt. Äh, irgendwie stehen die Dinger hier still. Warum auch immer. Das ist natürlich äußerst nett vom Spiel selbst. So, warte mal hier. Muss ich noch drücken. Dann musste ich dorthin. Okay, und... Oha! Na, scheiße. Okay. Das hab' ich jetzt nicht gesehen. Ich wollte eigentlich auch nicht in den Bumper reinspringen, aber da war's ja schon zu spät. Da war's schon geschehen. Das ist aber nicht schlimm. So, warte mal. Chef. Mach dich mal weg, Chef. Irgendwie gehen die Dinger hier nicht mehr, ne? Das ist voll komisch. Wieso funktionieren die nicht mehr? Ich mein', okay. Äh, schöner für mich, ne? Aber irgendwie ist es jetzt auch komisch, sag ich mal. Oh, nein. Ich will nicht da oben reinspringen. So, nochmal anmachen. Die anmachen. So, dass diese scheiß Moskitos hinter mir sind. Das gibt's doch nicht, ne? Mal gerade ganz kurz. Oh, na, Mist. Diese blöden Moskitos, ne? Scheiße. Warte mal, wir machen das Ganze jetzt gleich etwas schneller. Und zwar will ich mal gerade gucken. Moskitos sollen mal gerade herkommen. Jetzt mach ich den Chef mal gerade aus. So, jetzt hab ich zwar nur noch 23 Schuss, aber... Ich hoffe, das hat was gebracht jetzt gerade. Ihr Scheißviecher, ne? Krasse Scheiße, ey, wirklich. Ah, Mist. Ich hoffe, ich schaff das nicht, die loszuwerden. Boah, guck mal, die sind auch voll hammerhart dabei, ne? Was ist denn mit denen los? Ey, seht ihr das? Der ist ja... Ist der magnetisch oder sowas? Ich glaube, ich muss mich äußerst schnell beeilen hier. Jetzt ist da einer da oben, oder was? Okay. Es ist gerade nicht leicht, muss ich zugeben. Ich habe nicht recht, dass es doch so schwer ist. Okay, das heißt, wir müssen uns jetzt mal beeilen. Nein! Ah, Scheiße! Verdammt! Diese blöden Moskitos! Diese Scheißviecher, ne? Du hast fünf Minuten dran schon nichts geschissen gekriegt. So muss es sein. Halt mal bitte alle runter, ihr Scheißviecher. Oh. Das war gar nicht gut. Okay. Jetzt höre ich keinen Moskito, das ist gut. Und... So, den an... So, den an. Rüber. Okay, warte, jetzt... Jetzt anständig. Den und den aus. Oh, motherfucking shit! Ja, geschafft! Sauber, Leute! Sauber! Hast du endlich geschafft, die Scheiße? Sehr gut! Okay, was ist hier los? Äh, okay. Okay, warte. Der zieht und der zieht, ne? Frage ist, sind die beide exakt gegenüber? Ich glaub nicht, ne? Festen wir es mal. Zack, zack, zack. Oh! Oh, das ist fies. Okay, alles klar. Muss ich so wirklich kurz vorher ausschießen? Hä? Was war denn jetzt los? Nochmal. Aus. Aus. Rein. Und durch. Okay. Ich glaub, das Spielbug gerade kann das sein, weil ich tippe immer wahrscheinlich, das Ding würde sich eigentlich bewegen. Okay. Na gut. Ich hoffe, es geht nicht mal allzu lange, weil das Level ist ja wirklich schon wirklich sehr lange, wenn ich überlege. Ich hab ja, wie gesagt, den letzten Part aufgehört und da war ich schon eine Stunde dran. Gut, liegt auch an meiner Inkompetenz einfach. Was geht an? Das ganze Teil geht an. Okay. Versuchen wir es. Ah! Schade. Okay, okay, okay. Okay, 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 okay. Das nicht sehr leicht scheinen. Ah! Verdammt. Okay, ich darf nicht zu weit laufen. Ich muss mal gerade gucken. Ich darf nicht zu weit laufen, glaub ich. Ich probier's nochmal gerade. Ich hab keinen Husten, aber irgendwie... Ich wusste nicht gerade Husten, weiß auch nicht warum. Schau mal. Okay. Und? Ja. Sauber. Ja, geschafft. Endlich. Klasse. Oh, Moskitos. Machen wir den Chef alle. Oh. Boah, noch so ein Ding. Fuck. Oh, nein! Scheiße. Oh, fuck, das ist aber fies. Aber ich hoffe, danach kommt der Checkpoint. Weil das wäre sonst wirklich fies, wenn ich so lange unterwegs sein müsste, ohne Checkpoint. Okay. 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 Okay, alles klar. Alles klar. Oh. 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 Was ist das denn? Alter Schwede. Okay. Okay, okay, okay. Damit hab ich jetzt nicht gerechnet gerade. Nochmal. Also. Aufgepasst. Nach vorne, nach vorne, hinten. Vorne, vorne. Wow. Oh nein. Scheiße. Okay, ich muss danach bereit sein, dass ich nach vorne gehen muss. Okay. Machen wir es noch einmal. Nach vorne, nach vorne. Zur Seite. Unten. Unten. Rein da mit mir. Okay, ich glaube, hier ist Ende. Ich hoffe, hier ist Ende langsam. Komm schon. Ja, geschafft. Oh Gott. Guck mal, Levelzeit. Eine Stunde, zehn Minuten. Puh, alter Schwede, ey. Leck mich am Asch. Ja gut, okay. Dann würde ich sagen, machen wir einfach das nächste Level hinterher. Ab zum nächsten Level. Mal gucken, was uns da erwartet. Ich habe nicht mal wieder eine andere Umgebung. Ah, sehr schön. Ich bin quasi aus den Wolken endlich raus. Und ich habe, glaube ich, kein einziges Item gefunden. Kann das sein? Oh, was ist jetzt los? Oh. Klasse. Jetzt habe ich das Spiel gerade minimiert. Ja, so, da muss ich mir gerade einen kurzen Cut setzen. Tut mir leid. Da hat mich der Tuber angeschrieben. Äh, ja. Egal. Wir machen weiter. Was haben wir denn hier oben? Ey, da oben ist was. Oh, oh, da oben ist was. Warte mal. Sekündchen. Oh, wie komme ich da hin? Warte, da will ich hin. Da will ich hin. Warte mal. Warte mal, dass ich mich das Ding hier abschieße. Ah, nein. Ah, Mist. Ich glaube, das war der Punkt, wo ich es hätte kriegen können. Shit. Ich glaube, ich habe es quasi vergeigt. So, nochmal Versuch zwei. Ich will das Ding da oben haben. Und ich wette, das kriegst du nur, wenn die Unterreihe sich öffnet. Mit Sicherheit. Achtung. Versuch Nummer zwei. Yeah. Was haben wir denn hier? Neue Funke freigeschaltet. Sehr geil. Ich wette, den hättest du nicht anders gekriegt. Zumal... Was haben wir denn hier? Oh, da hat mich der Danny gerade angeschrieben. Oh. Okay. Gut, ich habe es quasi vergeigt, da ich da jetzt nämlich nicht mehr hochkomme. War es das dann quasi? Okay, Danny schreibt mich gerade an. Ich werde den Linken verlinkt, in der Beschreibung verlinkt. Okay. Weiß ich Bescheid. So, dann mal gucken, was das hier auf mich wartet. Das sieht ja noch alles sehr, ähm... Sehr leicht irgendwie aus. Okay, das ist ja noch sehr moderat gerade hier. Das fängt ja leicht an. Wenn ich überlege, wie schwer das letzte Level war. Das war ja hammerhart, wie schwer das war. Wirklich. Das war ja echt ein Scherz teilweise. Okay. Das ist jetzt nun wirklich sehr easy gewesen, Leute. Das muss ich wirklich mal sagen. Das war jetzt wirklich sehr easy. Also, da waren die Sachen, die ich im letzten Level hatte, die waren ja wohl richtig krank. Aber okay. Bleiben die ewig offen? Wahrscheinlich mal nicht, ne? Oh, doch, bleiben sie. Hä? Was ist zum Geier? Das ist doch voll easy. Was wollten ihr? Ich bin gerade ein bisschen ratlos. Ich musste... Ich musste gerade von da... Das Ding aufschießen und bis dahin laufen. Hä? Was zum... Will mich das Spiel gerade verarschen? Das kann doch gerade nicht so leicht sein, oder? Kann ich mir nicht vorstellen. Ah, sehr gut. Was Neues? Neue Fertigfeuer. Blast. Energie. Äh, Generator anstürmen. Äh, höh? Maus 2. Ah, okay. Ah! Boah, Junge, wie geil. Äh, voll die kleine Mini-Explosion. Das ist ja genial. Hammermäßig. Mh. Geil, ey. Aber das braucht immer 10 Stück... Äh, immer 10 Schuss, wenn ich das auflade. Wahnsinn. Okay. Äh, was haben wir denn hier? Vertikal gleichzeitig. Schwingung. Springen. Springen. Äh, Sekunde. Ne, äh. Warte mal, vielleicht... Vielleicht kann ich mich ja mit dem Ding auch hochschießen. Ah, ich kann mich zumindest... Zumindest ein Stück hochschießen. Aber warte mal, jetzt bin ich gerade ein bisschen ratlos. Was muss ich denn? Springen gleichzeitig vertikal. Ah, okay. Warte mal, vielleicht... Vielleicht muss ich ja... Genau das so machen und sterben. Hehe. Scheiße. Okay, warte nochmal. Ich könnte wetten, ich muss wahrscheinlich... Ah, siehst du? Okay. Das ist dafür da, dass ich die kleinsten Höhenunterschiede noch überwinden kann. Okay. Boah, das ist aber... Das ist aber verdammt fies, ey. Weil das Ding immer 10 braucht, ne? Das Ding braucht ja wirklich immer 10. Das heißt, ich kann das 3x einsetzen, bevor ich dann im Arsch bin. Und das irgendwie nicht immer funktioniert. Das ist relativ ärgerlich. Ich müsste wirklich mal neue Munition finden. Das wäre mal echt nicht schlecht. Wenn ich mal neue Munition finden würde, das wäre von Vorteil. Oh, das war Fail. Das war Fail. Das ist gar nicht so leicht. Hm. Ich hab's noch nicht raus, richtig. Nee. Muss das wahrscheinlich unter mich porten... Äh, schießen. Auch nicht. Verdammt. Gleichzeitig, vertikal, schwink, schwung. Na, warte mal. Warte mal. Vielleicht geht's auch so. Nee, geht's auch nicht. Hm. Wie hab ich das denn gerade eben hinbekommen? Okay. Das war jetzt aber Glück gerade. Wo käme ich denn da hin? Da käme ich da oben hin. Nice. Nice. Okay. Boah, jetzt muss ich das nochmal hinkriegen. Ich krieg das nicht hin, Leute. Ohne Scheiß. Ich krieg das nicht hin. Nee, ich krieg das nicht hin. Ich, ich, ich schaff das nicht. Was ist denn das? Ich schaff das nicht. Dabei muss ich das auch nicht ganz aufladen. Kann das sein? Ah, ach so. Okay. Ah, okay, okay, okay. Hä? Hä? Sekunde mal. Wie hab ich das gerade gemacht, dass ich so hochgesprungen bin? Ah, warte mal. Ach so, ich muss im selben Moment auch noch springen. Ah, okay, 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 okay. Ah, okay. Boah, das ist sauschwer, Leute. Das ist echt schwer. Ohne Scheiß. Alter Verwalter, ey. Oh, ups. Okay, Achtung. Jetzt muss ich den Sprung mal machen. Ah, nee, das war nix. Nochmal. Uah. Lol. Da ist ja... Da ist ja Raum, zwischen dem man durchfallen kann. Lol. Okay. Okay, nochmal. Warte. Mal was nochmal. Nein. Ich bin vorbeigesprungen. Scheiße. Okay, nochmal. Achtung. Okay, sauer. T-Log Nummer 17. Alles klar. So, was haben wir denn hier? Kosten, Blast, Energie, Schauen. Energie, Schauen, Blast. Okay. Okay. Äh. Oh. Oh. Was ist das? Das sind nicht neun Geschütze und... Oh, das sind auch noch Bumper. Oh, nö. Das sind auch Bumper. Oh, nö. Gott, beide Wege sehen krank aus. Was willst du? Verbiss dich. Oh. Holy. Holy Dammit. Wohin? Wohin? Oh. Oh Gott. Alter. Ey. Das verbreitet sowas von Panik, wenn die... Alle gleichzeitig auf dich ballern. Alter Schwede. Da hast du echt... Oh. 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 Was ist das da? Sekunde mal. Was ist denn das da hinten? Das will ich aber mal haben. Das Teil hier. Oh. Ein Track. Cool. Ja, jetzt muss ich nur wieder zurückkommen. Ich hoffe, das geht hier. Ja, sauber. Sehr schön. Okay. Ähm. Du. Generator aktivieren müssen. Müssen? Müssen. Cool. Geiles Deutsch. Generator. Du. Müssen. Aktivieren. Ja, okay. Geil. Boah. Ist das geil. Ey. Das ist voll episch. Ohne Scheiß. Ist der dauerhaft aktiv? Ich glaube schon, oder? Wie geht's so aus? Ich setze mich vor. Ja. Klasse. Ich bin eine Intelligenzbestie, Leute. Okay. Okay. Wir haben den rechten Weg gemacht. Jetzt geh ich den linken Weg mal. Mal gucken. Schauen wir mal. Was mir das hier bringt. Ah, scheiße. Okay. Okay, okay, okay. Suchen wir es noch einmal. An. Ah, nee. Oh, ich sollte lieber... Ach, egal. Komm. Was soll's. Was zum? Ach, nein. Das gibt's doch nicht. Okay, 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 okay. Machen nochmal an hier. Oh. Alles klar, funktioniert. Hat Funktionuckels. Oh. Ach so. Ach so. Ich sollte lieber mal mittig bleiben auch. Wäre vielleicht besser. Wäre vielleicht besser für die Gesundheit. Okay, alles klar. Passt soweit. Jetzt habe ich natürlich hier leider... Ach, toll. Hier war der Checkpoint. Ja, klasse gemacht, Sebastian. Du bist der Beste. Du bist und bleibst der Beste. Warte mal. Warte. Sorry, nochmal. Kann ich eigentlich... Warte mal. Ob ich damit höher springen kann, ob ich das Ding auflade? Testen wir das mal. Also, lass mich mal gerade austesten. Wie hoch springen kann ich das Ganze auflade? Äh, scheinbar gar nicht. Nummer neu. Ah, okay. Das geht schon... Das geht schon relativ stark. Das geht schon relativ stark. Okay, egal. Glaube ich... Ich schaue jetzt mal hier durch. Verpiss dich. Verpiss dich. Du auch. Du auch. Genau wie du auch. Verpiss dich bitte. Ich glaube, mich verfolgt jemand, oder? Na, glücklicherweise nicht. Okay. Oh Gott. Oh Gott. Oh, das ist doch nicht wahr, oder? Oh, ups. Der ist nicht ausgegangen. Oder auch immer. Ah, Mann. Diese Drecksäcke. Ich hasse diese Bumper. Wirklich. Die sind zum Kotzen, die Viecher. Warte mal. Ich könnte aber mal wetten. Pass mal auf. Und zwar... Ah. Ja, danke. Dankeschön, dankeschön. Das war sehr nett von dir. Kannst dich auch direkt mal wieder verpissen. Sekunde mal. Ich habe das Gefühl, ich muss wahrscheinlich... Könnte ich hier oben drauf. Nee, warte, nochmal neu. Nochmal neu, nochmal neu. Oh, da ist ja... Da sind ja Kraftfelder. Okay, das war... Das wusste ich jetzt nicht. Ich wusste nicht, dass da oben Kraftfelder drauf sind. Die dich töten. Das wusste ich jetzt nicht. Ich dachte vielleicht, da oben kriege ich irgendwas. Verpiss dich. Ah, nein. Ich will nicht. Oh, scheiße. Ich krieg's wieder hin. Ich baue wieder nur Scheiße. Weg. Geh weg. Hat hier irgendwo hierbei noch einer. Genau, hier der. Okay, warte. Boah, alter Schwede. What the fuck? Achso. Ich habe gerade Schiss bekommen, ne? Ohne Scheiß. Oh mein Gott, dieses Energieteil, wenn mich das erwischt. Okay, das ist nicht dauerhaft. Nochmal. Okay, danke. Sehr nett. Da war ja ein Geschütz drauf. Wow, 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 wow. Was bringt mir das denn, wenn ich da oben draufgehe? Das wüsste ich mal gerne. Was bringt mir das denn? Bringt mir das irgendetwas? Wir gucken nochmal gerade. Das bringt mir, glaube ich, gar nichts, oder? Kann das sein? Geh mal zu. Geh zu. So. Ich glaube, das hat gar keinen Nutzen, oder? Wofür kann man denn hier hinten drauf kommen? Wofür ist denn das? Da warte mal. Ich geh mal auf das Ding hier drauf. Ach, das zieht mich ja gar nicht mit. Das ist passend. Hätte ich jetzt gerne rausgefunden. Ah, egal. Gut, dann würde ich sagen, geht's weiter. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.